hallo und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von kanal heute zusammen wieder mein ins lady hallo und heute auch mal wieder mit facecam am start weil ich halt bock darauf hatte und ja machen wir es einfach jetzt mal wirklich ein killduell aus meiner sicht halt aber nur und ja ich würde sagen ich habe ich habe die strafungen überlegt für mich auch besuch bekommen ja gut ja das war jetzt nur eine eisen immer oben durch raus oder ja und dann ist leider sehr viel frei hat ins kreuz also sie werden schon bietet das was komplett ich war zu bauen aber habe nicht gesucht ja ich bin auch tot heute die drei haben sehr halt im momentan alle weil die nichts zu tun haben ja also die runde nicht zählen für mich ist wenn du dann mehr kills gemacht hast runden sagen wir mal sind es war jetzt kommt die zweite wenn du merke es gemacht hast kannst darfst du wenn es für dich okay ist ein solange mit meiner account spielen dass ich zu prima auf komme alt ist eine gute idee und wenn du wenn du da verlierst dann musst du zwei videos aufnehmen arbeitet mein texture pack das heißt ein normales video hat wie du sonst was mit einem texture pack und einmal heiz spielst du in 1.16 okay was was ist dein texture pack also wie sieht das aus ist das so ein default edit oder also das hat wir schon eigentlich benutzt ok das ist nicht das texture pack wo das schwert dieser dieses skin ding ist oder doch das ist schlecht weil man kann ja ja egal ich habe ein kill ich habe ein kill okay das am kill verdammt das leckt wie scheiße okay zwei kills ok nice oh verdammt da steht schon mal 1 zu 2 für dich ja wie viele runden machen wir eigentlich also fünf runden habe ich halt so gedacht jetzt kommt halt die dritte runden ok fünf runden ist krass ja dann ja ich weiß etwas viel aber wir sind halt so selten zusammen ja ja fast alles ja also ein 16 ding habe ich sogar schon gemacht okay aber mit dem shader ok ich habe ein eigenes texture pack habe ich halt auch ich habe aber auch ein 1.16 texture pack rausgebracht das heißt einfach wirklich pinguin mike 13 da g1 und 16 ich habe zwar die meisten texturen von nether white aus dem mixtec gezogen aber das nether white schwert ist selbst gemacht also ich habe ein fixe fehler vergessen aber ich bin zu voll das ganze den ganzen namen wieder neu zu machen nein 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 nicht immer so viel glück habe hast du nichts oder was ich kann jetzt schwer geben ich werde habe ich schon ich habe versucht jetzt habe ich wie viele schuhe diesen schuhe diesen schuhe immerhin besser als jeder was ich in der mitte was war jemand habe ich nicht gesehen und hat dann runter und hat dann ein salzigen schiff es sieht wohl so aus als würdest du gewinnen Ich stehe jetzt 3 zu 1. Oh Gott, das wird mega. Das wird halt mega. Close? Ja. Glaube ich auch. Das ist der letzte gewesen. Ja, da hat er sich versteckt, der ekelhafte. Alles klar, da hat er eine Enderpelle. Wo? Da, ihr nicht gesehen, du getötet hast. Gott. Ach Gott. Hm. Die dritte Runde ist das oder die vierte? Welche ist das hier? Das ist jetzt die dritte. Und das zwei Villager, die hässlicher sind. Ähm, ja. Das ist hier dann kurz durch, ne? Ja. Und ich bin ja mal... Die One mach ich nicht. Wechseln. Oh Gott, das ist halt so. Oh Gott. Egal. Kannst ja trotzdem mal das Texture Pack testen. Für die 1. Jo, kann ich machen. Schade, er kann sich nicht... Der hat nur darauf gewartet, wenn ich schon viel Fallschaden mitnehme. Ja. Okay. Sind die gerade beide gestorben, irgendwie, oder? Da steht es jetzt in 4 zu 1. Weil ja, schon so... Zwei Kills... Alles klar. Ja, vier Kills. Ja, ich bin... Uff. Sei nur noch ein Spieler. Dann doch... Ich hab kein hier. Mann, das tut doch nicht so stark. Nein! Oh, ist das ein Team? 5 zu 1. Kills. Alter. Boah. Also, muss ich genauso wie aus dem Gaming-Spiel eigentlich. Das hast du möglich zu gewinnen. Wie spielst du aus Strindon? Immer auf Kills. Der spielt Ranked. Der spielt Ranked Skyward. Ich weiß ja. Aber er spielt immer... Ich weiß nicht. Er spielt eigentlich immer auf Strindon, aber... Teilweise aber auch auf Kills. Weil er muss ja 40 Elo-Punkte immer opfern. Ich könnte jetzt hier auch ein bisschen mehr auf Kills spielen. Dann wäre ich jetzt nicht weggelaufen, einfach vor denen. Aber ich versuche eigentlich auch gerade hier beides zu töten, irgendwie. Und die eine wird sich gleich peilen. Und die andere wird laufen. Das wird grad halt so... Okay, die machen so einen Water-Scheiß also. Den kann ich grad auch nutzen für Schwulen und so halt. Äh, Schwul-Pirate-Runden-Wie, ich weiß ja. Oh, der Alter fährt. Ja. Ich hab gar keine Dings, ne? Keine Copwebs. Uff. Ja, bin tot. Weil ich keine Copwebs habe. Ich... Ich komm mich da oben nicht festsetzen irgendwo. Aber ich... 5 zu 1. Das muss man wirklich sagen. Nicht von schlechten Eltern. Ja, noch hab ich ne gute Führung gerade. Und jetzt kommt die Führung vor, letzte Runde. Ja, ja. Ach so, das ist die 4. hier. Okay. Das Bild ist schon der 4. gegen Gott ruhig. Alter, das steht halt so grad... Steht halt jetzt grad so fest. Alter. Mit dieses Zub-Spieler. Was soll ich sagen? Verdammt. Oh, wichtig. Wichtig. Wichtig, Alter. Komm, 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 komm. Ah. Dankeschön, auch für mich voll. Was ist denn? Ich glaube, dass du mir die Diabros weggenommen hast. Das ist meine gewesen. Jetzt kriege ich sie niemand. Wenn ich sie nicht haben kann, dann keiner. Das war halt so klar. Das war halt so klar. Wenn du willst, kannst du dafür einen Kill haben, weil das war schon asozial. Ja. Da steht jetzt 2 zu 5. Da steht jetzt 5 zu 2. Genau. Aber ich hab gar keinen TNT. Warum hab ich nicht nachgedacht über die ganze Sache? Die haben aber auch nicht so schlechte Rüstung. Das hätt ich mir schon gedacht, irgendwie. Deiner hat wirklich, ich geb zu, der eine hat hat nur Full Gold. Der andere hat Tank Equip. Oh mein Gott. Was wird das wohl jetzt? Na, was macht er jetzt wohl? Ich glaube, ich muss mich irgendwie wegfüllen oder so. Ach, da kriegst du ja auch schon hin. Warte mal, wir haben die Schneebülle. Ja. Da sucht ein anderer noch. Ich glaub, ich glaub auch wer. Ja, das hat man gesehen. Ich mag wie du es. Komm, deine Suppe muss... Die schon wird ein Schneebülle gerade. Das steht irgendwie so aus, wie der... Äh, irgendwie... Kanal wird von Ungespielt. Komm! Du hast ihn, kid, ich krieg' einen Kurs! Creeper! Oh Gott, hier geht's runter. Ja, komm! Kid! Nein! Was machst du? Jawoll. 6 zu 2! Er warst du sicher, dass er mich kriegt? Ja, 6 zu 2. Alles klar. Naja, immerhin. Ja. Naja. Es leben nur noch zwei Teams oder doch, keine Solos. Ja, und es liegt doch noch ein Solo. Aber jetzt... Ja, ich hab's grad gesehen, der hat sich grad Solo gemacht. Warte mal, ist der gestorben? Sind die beide gestorben? Du musst mal zur Mitte gehen, da hast ein Zweierteam. Mit keiner guter Rüstung. Mach ich. Aber ich hab leider auch keine Blöcke mehr jetzt. Gott. Ach doch, 35 hab ich noch. In der Perle. Äh... Was? Ja, nice. Einfach geklebt. 7 zu 2. Hätte er sich nicht in mich reinfüllen sollen. Ja. Naja, kann der nichts für. Das hätte... Ich kann gleich nichts machen. Ich hab jetzt eine Rüstung. Naja, cool. Ich glaub, der ist dauer. Der hat einen Knockback-Stick. So. Der Junge ist er nur noch. Der hat doch Schneewelle. Game of Boss. Wow. Ah ja. Das war so klar. Ich kann auch ganz ehrlich... Ich kann auch ganz ehrlich... Sogar gleichzeitig für eine Woche... Die Skin da ändern. Ja, das kann man so auch gemacht haben. Also ich... Ich hab ja deinen alten Skin ja immer noch drin beim Minecraft Launcher. So hört es sich doch viel besser an. Oh Gott. So. Oh. Das hat auch mehr Probleme. Ja. Nein. Nein. Safety. Safety. Oh mein Gott. Das schafft er nicht mehr. Der leckt da ein wenig. Gott. Komm schon. Leck jetzt nicht. Okay. Okay. Gott, der hat halt einen 100er Ping. Eigentlich ist es völlig egal, oder? Ja. Weil ich brauch nur den Kill. Ich brauch ja nicht den Win. Genau. Ja, jetzt sind wir beide tot hier unten. Wow. Ne, das find ich gut. Oh, das hab ich gefehlt. Aber... Okay. 8 zu 2. GG. Ach, komm schon, GG, um die Coins neuem zu... Oh Gott. Die 30 Coins, die war's wert. Ja. Jetzt, jetzt kommt deine Aufholrunde. Safe. Jetzt machst du so... Ich versuch's zumindestens. Oh mein Gott. Ja, lass so machen, wenn ich gewinne. Ich kann doch einfach gar keine Bestrafung machen. Das ist mir nicht so wichtig mit den Bestrafungen. Aber du kannst... Ist auch, wenn du... Wenn du das möchtest, kannst du uns keine haben dann. Weil's ich gewinnen sollte. Aber ich möchte hier... Aber trotzdem, abgemacht ist abgemacht. Du darfst meinen Account benutzen, solange ich dann zu Creme habe auf Gomme. Ja, alles gut. Ich brauche es nicht wirklich. Ich bin nicht so für Minecraft momentan. Und ich muss mich jetzt eh wieder um die Schule kümmern. Stimmt auch. Kannst du deinen Skin ja dann für 5 Tage oder so ändern. Dann gebe ich dir einfach irgendeine coolen Skin. Na das. Welches Pokémon machst du denn so gar nicht? Keine Ahnung. Äh, irgendwie Schlup. Okay, wenn's einen Schlupf gibt, dann kriegst du den. Oh na. Das natürlich schon. Ah, das sind natürlich schon Zweierteam, ey. Na da, wo bist du? Du bist doch noch hier. Wo ist ein Zweierteam? In der Mitte. Achso, ja gut. Ich hab halt... Ich hab halt... Ich hab halt... Ich hab halt immer eine cool... Keine gute Rüstung. Ähm... Die machen's trotzdem für einen Monat. Egal. Oha. Da ist ein Typ, der ist ganz gute Clip, so. Äh... Ich hör sie. Wenn du sterben, würd's gerne. Ist das nicht? TNT. Viel TNT. Sie gehen nach oben. Oh Gott. Sie gehen raus. Ich lauf zurück auf unsere Insel. Ja. Ja, der hat ne... Der hat keine Brustplatte. Oh mein Gott, bitte. Jetzt deck dich doch nicht mit Shampoos. Nein. Okay. Ist er tot? 9 zu 2. Äh... Ja, ist er okay. Nice. Immerhin. Im Harada brauchst du gar nichts. Oh. Nein, ist er safe für tot. Nein, ich geh da nicht runter. Warum lässt du mich alleine? Ja gut, jetzt kannst du Kills machen. Uff. Oh. Äh, die... Die haben dich noch nicht gesehen. Jetzt haben sie dich gesehen. Nein, verdammt. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Lauf, 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 lauf. Ah, was ist das? Da, spring in den Wasserfall. Spring in den Wasserfall links von dir. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schaffst du's? Nein. Okay. Ähm... Dann willst du noch eine extra Runde machen, damit's knapp... damit's noch ein bisschen knapper wird? Ja. Okay, wie viel steht jetzt? 9, 2, oder? Okay, ja, das kommt. Da geht noch eine Runde. Das war auch eine schlechte Map, muss man einfach sagen. Die war einfach kacke. Ja, Gott. Oh mein Gott. Ach, egal. Hauptsache, du wirst glücklich. Auch wenn du nicht so viel Minecraft spielst, hast du was, wo du private Runden machen kannst. Ja, wenn ich's vielleicht brauche oder so, ich weiß nicht, ich wollt irgendwann wieder streamen, dann nehm ich's vielleicht sogar. Mach das. Muss ich dann gucken. Oh mein Gott. Ja. Jetzt habe ich wenigstens ein paar Webs. Äh, wo hab ich denn hier ein paar Leute gesehen? Okay, deshalb... Brauchst du gerade oder baut sich was zu uns? Ich baue gerade. Ach so, okay. Aber Amor-Bars-technisch bin ich nicht gut. Und natürlich ist einer da... Oh. Ja, okay, aber der sieht. Wow. Oh Gott. Ähm, ja, ich bin runtergefallen. Ich kann... Ich lass, versuch mal Wasser runterzulassen. Er geht auf mich. Hab ihn. Ich weiß nicht, er hat mich irgendwie mit einer Axt angegriffen, die Knockpick hatte oder so ein Scheiß. Ja, da kommt einer auch mal mit Tank gegriffen zu mir. Komm mal runter in die Höhle, ich bin hier. Ähm, ne, wir werden gesandwiched. Dann sneak ich hier unten jetzt in der Höhle. Ah! I'm so sorry. Alles gut. Oh mein Gott. Ah, ich bin tot. Aber ich hab noch einen getötet. Okay, 11 zu 2, jetzt kannst du Kills machen. Äh, ja. Komm, die in der Mitte. Guck dir, eine ist Kacke-equipped. Yolo. Ähm. Fuck, erstmal instant. Egal. Du hast gewonnen, also muss ich dir versprechen. Also muss ich das versprechen machen. Ja, gut. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wenn ich Dany jetzt alles mal übergeben und so. Und ich sag dann jetzt mal, hoffentlich hat es euch einfach mal gefallen, wie damit, äh, mit Dany zu machen. Und dann würde ich sagen, bye bye. Bye.